Der große Vorteil vom GripView von HWK ist, dass der transportabel ist, also der ist super einsetzbar in so einem Fuhrpark. Das Fahrzeug muss nicht zu der Profilmessung gehen, sondern ich gehe mit dem transportablen Teil hier einfach zu dem Reifen, das ist natürlich total schnell gemacht. Ich kann auch Zwillingsbereifung messen, ganz einfach, schiebe es dahinter bis zu einer Profiltiefe, zu zweieinhalb Zentimeter, also viel viel tiefer als bei vielen anderen. Und ich brauche einfach nur noch irgendwie ein Tablet dazu, da kann ich dann alles auswerten, das funktioniert über WiFi, ohne Kabel, voll praktisch. Das Fahrzeug ist damit, dass ich mich auf ein paar Meter dazu habe. Ich habe es für auch Dachsebatte, dass die Welt einwärtig ist, das ist wirklich unbekannt wurde, aber ich habe es ein Wachsturz. Ich habe es da, dass ich mich an der Kabel singen, das ist ein Wachsturz. Ich habe es noch nicht mit, dass ich mich an der Kabel singen, die mich einwärtig ist, das ist ein Wachsturz. Untertitelung des ZDF, 2020